Herzlich Willkommen Freunde zu einer weiteren Episode aus Sonic Generations. Wir waren bei Cryst City stehen geblieben, die haben wir jetzt abgeschlossen und gehen weiter zum nächsten. Du bist aber da nicht gekommen, du warst in Sonic Heroes schon dabei. Okay, wir wechseln erstmal auf den Retro. Die Sache ist die, ich kann das Spiel zuordnen, nur ich habe nur die Wii-Version davon gespielt. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, Moment mal, ich muss kurz kurz gucken, ja, weiß jetzt nicht, ja, ich will hier gerade was. Wo kam diese Roboter als erstes vor? Ich glaube in Sonic 2006 kam die als erstes vor. Und jetzt in Unleashed wurden sie ja übernommen. Und da hat Eggman und seinem Robot ein Update verpasst. Batz. Juhu, Seilzug. Ähm, ja. Pupp. Umgerollt. Ja, ja, kein Interesse. Warum hat er die Lila gemacht? Ja, ich bin jetzt so scharf drauf platt gemacht zu werden, ja. Und eine Kettensäge hat er denn verpasst. Bumms. Zack. Zack. Warte oben. Hallo. Ah. Mist, ich habe es vergeigt. Oh, verdammt. Na toll. Springe ich auch noch so bescheuert? Moment mal. Ich kriege Stauben. Bam. Ähm. Okay. Alternativer Weg eben gerade. Erforscht. Autsch. Ich habe ungern, wenn das Sonic ein Kopfkürzer ist. Auch wenn es nur der Retro Sonic ist, aber trotzdem. Ein Weinkeller. Indiana Jones-Feeling. Moment. Das will ich haben noch. Okay, und tschüss. Aua. Wildmann. Wow. Ich habe gerade echt nicht auf den Hintergrund geachtet. Das ist mir erst eingefallen, wo es schon zu spät war. Nix da. Kommt da jetzt noch eins runter? Okay. Das ist ein Dauer auf der Spawn. Nervnet. Irgendwann habe ich das Gefühl, dass es mir von der anderen Seite irgendwann entgegenkommt. Rechts oder links. Rechts oder links. Ich gehe rechts. Auch wenn rechts nicht so einladend aussah. Och komm, Sonic. Ich wollte eigentlich mich wegbewegen, aber der läuft so ganz komisch. Naja. Äh. Ich befinde mich wie bei... Oh wohl. Ich denke doch... Ich bleibe doch... Äh, toll. Dankeschön. Ich habe keine Schilde, ich habe kein gar nichts. Puschtig. Puschtig, ich habe nicht mal Ringe. Das will mir gar nicht gefallen, wenn ich das mal anmerken darf. Erst mit ein paar Ringen. Halbzeit, Ringe werden mir lieber, damit ich nicht gleich sterbe, damit ich vielleicht noch einen Perfektbonus kriege, um nochmal einen guten Rang zu erhalten. Danke. Kommt der Ballon auch wieder? Yesa. Wow. Toll. Ich verzichte lieber auf so eine Sense und möchte lieber anständig. Boah. Ich wollte mich gerade auf Spring vorbereiten, kraft mir der Boden weg. Ach ja, ihr Fuzzis. Euch habe ich doch zum Fressen gern. So, seid ihr erst mal weg da drüben. Ach so. Ich soll mir das Timen, damit ich hier hochkomme. Na, wenn da waren Speedschuhe, habe ich schlecht aufgeachtet. Okay. So, ey. Okay, das war ein Boost. Okay. Nicht runterfallen. Danke. Du, Drecksack. Ich soll dich halten. Bum, bumm. Haha. Nein, ich bleib hier. Ich bleib hier. Du lässt deinen Strahl mal ganz schön bei dir. Drecksack. Nein. Jetzt fall ich auch noch runter. Hoch mit hier. Dankeschön. So. So, ich hier hoch. Ach so. Falsche Richtung. Ah, toll. Ich habe es geschafft. Okay. Ich habe jetzt ein Flieger. Ja, bin ja schon dabei. Ey. Let's Japan. Ja, du hängst fest. Du hast Pech gehabt. Und Ende, oder? Ja. Boah, was für ein Level. Und, 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 und. Das wird nichts. Ja, zumindest ein A-Rang. Naja. Man merkt schon, welche Levels ich dann überhaupt nicht mehr ansatzweise gesehen oder im Kopf habe. Weil ich noch konnte, beziehungsweise noch halbwegs wusste. Und man merkt auch, dass die schwerer werden. So, jetzt sechsen wir auf den Modern Sonic. Und hauen wir hier. Ah ja. Ein bisschen Boost hier geben. Aua. Ich wollte hier ein Slide hinlegen und das hat dann nicht funktioniert, weil da diese Dinger Kante ist. Zack. Batz, batz. Überall hier Festival-Stimmung. Ah, ein Leben. Und ich laufe vorbei. So. Juhu. Genau, grime ein bisschen hoch. Zack, zack, zack. Oh, Entschuldigung. Ich habe die Einrichtung etwas beschädigt. Ich gehe oben rum. Oh. Da will ich an der Seite extra rein und dann geht das nicht. Ist ja unfair. Ja, in der da habe ich kein Interesse. Verdammt. Timing total schlecht angesetzt. So. Uah. Ausch. Zack, zack, zack. Batz, batz. Aber meine Unschuldigung, ich würde den einen noch mitnehmen. Ich frage mich, durch welche Buden ich hier mal sause. Ja, ein überaktives Pendel. Nein. Wer baut denn sowas in seinem Hof ein? Wahrscheinlich hat er einen blöden Nachbarn. Da hat auch jemand was gegen seinen Nachbarn. Also die haben hier irgendwie Nachbarschaftsschreit. Ich weiß ja nicht. Aus welchem Grund würdet ihr denn in euer Haus so ein Elektro-Ding machen? Ach so. Wow. Ah, verdammt. Ich wollte weiter... Je-ha. Das war eben gerade ein Feeling. Ja. Verflixt. Ich habe es schon verstanden. So. Au. Oh, die Sense habe ich jetzt überhaupt gar nicht erkannt. Aber eins muss ich sagen, über diese Balance-Kick Masse-Schwung fürs Leben verzichte ich jetzt mal. So. Wow. Zack. Ein bisschen fett hier. Wow. Bei Buhum, 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 Buhum. Buhum, 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 Buhum. Seht das schon. Da brauchst du mir keine Pfeil, die ganze geben, weil das praktisch eh nicht. Noppa. Hoppala, haben wir fast die Tür von jemandem eingerannt mal wieder Zack, 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 zack Wow, gib Gummis, gib Gummis, Sonic Die Mitte Achso Verstehe Indem ich dann dauernd den einbombardiere Kommt dann er zum Schuss Und dahinten Okay, okay, rechts hin Die linkste Laser jetzt kommt So, und der Goal Ring Wow Das hat am Ende noch richtig Speed gehabt, das Level Und Sonic macht hier seine extremen Moves hier Und Ben das Lernen mit S Danke, Sonic Also irgendwie habe ich das Gefühl, jemand kontrolliert dieses Monster Achja Sonic ist so schweigsam Na gut Wir haben ja noch keine Schlüsselmissionen Also gehe ich jetzt nochmal zurück Und mache eine City Escape Mission Ich brauche jetzt City Escape Nein, da war ich schon mal Da haben wir die kleine Tipp Juh, City Escape Das habe ich schon gemacht Komm, stein Wahrscheinlich mit dem anderen Taxi Oder? Nein Da muss ich irgendwo Ah, da Oder? Jawohl, doch Sieht interessant aus Das kann man machen City Escape Drunter und drüben Ah, hier Stand hier Ah Okay Wow Erstklassische Musik Das kann ich tausendmal betonen Ah, da Bin ich sogar verleitet eigentlich mit zu singen Aber, ne Nicht alles muss unbedingt gleich gemacht werden Da summe ich doch lieber nicht Und ich sollte vorher den Songtext üben Oder über den Durchlesen Ah, erwischt Ich höre den Goal Ring Ja, toll So knapp Egal Geschafft ist geschafft Ich hab ja nochmal Naja, ist das ein bisschen Äh, ein bisschen Zeit Dann mach ich doch noch ein bisschen So Okay, du gehst nach rechts Ey Hier geblieben Toll, jetzt bin ich hier ohne So Machen wir das noch Ja, was ist das? Schwerst du einen Sprintringer Scheint ein Neuer Ich schwere sie alle nacheinander Um das Ziel zu erreichen Ah, okay Prinzip verstanden Zack Aua Was hat mir Moment, was hat mir hier wehgetan? Ach so Hat irgendjemand von euch das vorher gesehen Dass da was ist Aua Aua Die Nachbarschaftsanlage Zack Na komm Los, komm hoch mit dir Weg Stachelkugel Aua Zack Rein da Okay Oh, die Plattform wollte mich Gerade noch retten Ähm Ach so Hoch Steh eben um und springen Zack, 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 zack Wow Einmal, zweimal, dreimal Moment mal Da waren nur noch mehr Ringe Ey So Nochmal Haha Geschafft Ah, gut Und jetzt noch die Musik Nein Ich dachte, die Musik einsammeln Okay, die geht links rum Erwischt So Na gut Gehen wir schon mal vor Zur Welt Okay So Damit würde ich sagen Ich beende das Video hier Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Tschüss Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder επιeur hesen Nik